Lieber ein Spatz in der Hand als die Taube unterm Hut. Willkommen zu Stowassers magischen Nachrichten. Die letzte Abreise kam genau richtig. Ich hatte natürlich noch etwas in meinem alten Heim vergessen, die gemahlenen Widerhörner. Naja. Anstatt neue zu kaufen, wollte ich das Pulver noch schnell holen. Meine Taschen enthalten schließlich auch nur begrenzte Mengen Gold. Ja, was soll ich sagen, als ich gerade über die letzte Düne marschierte, sah ich bereits dichten Rauch aufsteigen. Da stand mein letztes Haus in Flammen. Und ein wütender Mob hatte sich davor versammelt. Bei dem Anblick schnurte sich mir förmlich der Hals zu. Es ist so, als wäre ich ganz allein gegen eine Welt, die mich nicht versteht. Soll es so sein? Soll ich einfach aufhören? Aber das fühlt sich wie eine Niederlage an. Jetzt würde ich klein beigeben, nur weil man mit Fackeln und Mistgabel nach mir wirft. Nein. Nein, das wird nicht geschehen. Solange ich kann, werde ich weitermachen. Guten Tag, durchlauchte Hörer und gemeines Volk. Das sind noch immer Stowassers magische Nachrichten. Blaublut? Spannende Entwicklung um die unbekannte Frau in Rübensaal. Nach wie vor kann sie sich nicht an ihren Namen oder andere Hinweise erinnern. In der Zwischenzeit hat sich aber gezeigt, dass sie des Lesens und Schreibens mächtig ist. Außerdem beherrscht sie mehrere Sprachen. Damit ist gesichert, dass die junge Schönheit edlere Abstammung oder zumindest aus sehr reichem Haus ist. Verdächtigerweise hat sich bisher, auch nach Wochen, niemand dazu geäußert, sie zu vermissen. Das liegt wiederum dem Verdacht mir als nahe, dass die Guta einem gescheiterten Attentat zum Opfer fiel. Warum sonst sollte sie niemand vermissen? Doch ich weiß, mehr Fakten, weniger Vermutung. Ich bleib an der Sache dran. Für den Moment haben die Dorfbewohner beschlossen, sie Castorella zu nennen. Weil sie beim Kampf gegen die Biber gefunden wurde. Ich bin mir sicher, dass wir etwas passenderes Wohlklinglers gefunden hätten, aber das kommt einige Tage zu spät. Castorella gibt neben ihrer Herkunft weitere Mysterien auf, da sie scheinbar keinerlei Scheu vor Handarbeit kennt. Neben den Buchhaltungen des Dorfes hat sie ungefragt die alte Silberschmiede übernommen und braucht nur noch Material. Wirklich, mit jedem neuen Erkenntnis, die wir hier erhalten, wirft die Geschichte mehr Fragen auf. Mitläufer Neue Entwicklungen im Fall Nackt und Schreiend Inzwischen wurden in verschiedenen Teilen des Landes nackte, schreiende Personen gemeldet. Wie zuvor berichtet, scheint der Drang zur Entblößung und lautstarken, undeutlichen Artikulation durch Körperkontakt übertragen zu werden. Wir haben versucht, eine der Personen zu einem Interview zu überreden. Leider waren die Antworten auf unsere Fragen unverständliches Schreien. Damit konnte man einfach nicht viel anfangen. Im Anschluss haben wir den Kontakt zu unserem Team vor Ort verloren. Was darauf schließen lässt, dass sie bald nackt und schreiend in irgendwelchen Feldern auftauchen. Da müssen wir wohl durch. Was als nächstes passiert, kann ich nur raten. Hitzewallungen Ein Brand im Stall von Detmarsch konnte nur mit viel Anstrengung gelöscht werden. Es gab einige Verletzte, aber keine ernsthaften Folgeschäden. Abgesehen vom Stall, der in den nächsten Wochen umfassend repariert werden muss. Trockener Humor Inzwischen hat es im Kasportal seit sieben Wochen nicht mehr geregnet. Einheimische munkeln, dass man regelrecht zusehen kann, wie die dicken, prall gefüllten Regenwolken das Tal meiden. Das könnte auf einen bösen Zauber hinweisen, allerdings war das Tal auch in der Vergangenheit immer wieder von kürzeren Durststrecken geplagt. Die waren zwar nie länger als eine Mondphase, aber irgendwann muss jeder Rekord mal gebrochen werden. Gräfin Kaspo scherzte indessen, dass sie dem alten Hexer neulich wohl nicht den Eintritt hätte versagen dürfen. Wie immer wurde dieser Kommentar mit fröhlichem Gelächter ihrer Speichellecker beantwortet. Enttäuscht Neuigkeiten von Bäcker Matthias aus Senven Der Verdacht, dass der Bäcker die lokale Rebellengruppe unterstützt, hat sich als wahr erwiesen. Er wurde in der Folge zum Tod durch den Strick verurteilt. Die Hinrichtung soll in der kommenden Woche stattfinden. Bisher gibt es kein Lebenszeichen der Gruppe Freies Gelder Land. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Hinrichtung ohne große Komplikationen durchgeführt werden wird. Dem Aufruf zum bewaffneten Widerstand eines landesweit bekannten und attraktiven Nachrichtensprechers ist auch niemand nachgekommen. Ich gebe zu, ganz ehrlich, ich bin minimal enttäuscht. Aktuelles vom Kardinal Auf der Beisetzung von Bischof Rurik, der vor wenigen Tagen unerwartet tot in seiner Badewanne aufgefunden wurde, zeigte sich Kardinal Miso mit einem ungeblümten Sommerkleid und einem schwarzen Spitzhut. Er wies nochmal darauf hin, dass man eisern untersuchen würde, wie der Bischof in seiner Badewanne verdurstet war. Ebenso müssen wir aber auch einige Dinge als gottgewolltes Schicksal akzeptieren. Auf der anschließenden Trauerfeier präsentierte der Kardinal eine gewagte Robe mit hochgezogenem Beinschlitz. Bevor ich mich verabschiede, muss ich noch was hinzufügen. Die Geschichte mit dem Mob, der mein altes Heim niederbrannt, endete nicht an dem Punkt, den ich vorhin erzählt habe. Ich muss gestehen, was dann passiert ist, war mehr von Emotionen geleitet, als es mir lieb ist. In dem Buch gibt es noch einen Zauber, mit dem man anderen einen Befehl gegen ihren Willen aufzwingen kann. Die Betroffenen merken das aber nicht, es ist wie ihr eigener Wille. Also mal wieder einer von den Zaubern, der... Naja. Es ist nicht ruhmreich, aber ich schäme mich auch nicht dafür, diesen Zauber gegen den Mob verwendet zu haben. Ich brauchte schließlich Informationen und sie sollten mir sagen, wer sie angestiftet hat und danach alles einfach vergessen. Also ich habe niemanden verletzt. Der letzte Teil hat funktioniert, aber wer dahinter steckt... Wer auch immer das war, war klug genug, keine Spuren zu unterlassen. Für mich sind damit zwei Dinge klar. Mein Gefühl hat sich bestätigt. Irgendwas passiert hier und es ist jemand hinter mir hier. Und außerdem hat das Zauberbuch einmal mehr bewiesen, wie unsagbar wertvoll es ist. Es sind schwierige Zeiten. Zum Schluss. Wie immer die Formel, die als Ende des Zaubers zitiert werden muss. Danke an die Unterstützer der edlen Sache. Isoboy und Nico. Wenn auch ihr ein Opfer bringen wollt, könnt ihr das gern tun. Besucht patreon.com slash triple20 oder ko-fi.com slash triple20. Folgt den Anweisungen. Außerdem findet ihr auf triple20.net Links zu unserem Discord, Bekleidungsladen und weiteren tollen Sachen. Lasst euch auch nicht aufhalten, mein Wort zu verbreiten und neue Anhänger für die Wahrheit zu suchen. Herz, teilt und unterschreibt. 기 Ye loben. Abstand nicht gut. 7 NEI. Oder du bist vein Munion. Sayst euch occur.